Moin moin und herzlich willkommen liebe Leute. Ich bin die Zementente, wir spielen gemeinsam Poncho und heute schauen wir uns die scheinbar vorletzte Welt, die alberne Alliteration, äh nein, die überwucherten Überreste an. Hoffentlich kann ich das noch. Neue Aufnahme-Session so. Ah, okay, hier sind wir. Vorne hin. Achso. Ah, guck mal. Ja, ähm, ich freue mich, dass ich erst mal wieder eingeschaltet habe. Ich bin mal gespannt, wie lang Poncho tatsächlich noch ist. Geile Shop-Musik. Wie sehen wir denn unsere Schüsse aus? Blaue bräuchten wir. Na, dann nehmen wir den hier rechts. Ansonsten haben wir auch so viele billige Schüsse, nämlich im Achterwein noch ein billiger Blauer gewesen, habe ich nicht gesehen. Schade. Naja, aber ich denke, das kann letzten Endes eh nicht den Kohlfett machen. Okay, dann nehmen wir so. Wobei, da müssen wir gerade gar nicht hingehen. Gehen wir erstmal hier dann. Ich will das Portal noch gar nicht benutzen. Äh. Okay, da komme ich nicht hin, habe ich mir gedacht. Mit den Steinen mitreisen kann ich ja nicht. Doch, hier kann ich das. Wie ein Pro. Poncho Speedrunner Zementente. Besser nicht. Nein, da ist eine unsichtbare Wand hinter der Wand. Das ist ja frech. Hm, da muss man... Hm. Hm, da muss man... Hm, wer hat's schon gesehen, so. Hier, wir müssen mal erstmal schnell das hier machen. Äh? Okay. Äh, wohin war da im Hintergrund was? Tatsache, hier ist noch so eine... Plattform, aber warum? Man weiß es nicht. Hätte man ja zumindest noch einen Coin oder so drauflegen können, ne? Äh. So war das gedacht. So dele. So dele und so dele. Nein, das war da noch nicht ganz richtig. Aber hier. Und was hat das jetzt verändert? Hier geht's nach da weiter. Das ging's vorhin aber auch schon. Jetzt will ich erstmal herausfinden, was sich durch diesen Schalter eventuell verschoben oder verändert hat. Hat sich eventuell im Hintergrund was geändert oder hier? Sieht nicht so aus. Okay, gehen wir jetzt erst nach links weiter oder gehen wir erst in den Hintergrund? Also noch weiter in den Hintergrund mit dem Portal. Ich glaub, wir gehen erstmal nach links weiter. Und in den Hintergrund gucken wir dann später rein. Äh. So. Ich wär ja mal sehr neugierig, wie euch Poncho gerade so gefällt. Ich find's nämlich echt eigentlich ganz... Du könntest kaputt reparieren, wenn du lernen würdest, wie es geht. Ja, hab ich schon. Ich hab auch gelernt, wie ich dich hier runterfallen lassen kann. Und du wirst dir nie entkommen, weil du diese Fähigkeit nicht hast, die ich hab. Haha. Okay. Ich frage mich gerade, das ist ja hier ein ganz ätzendes Rätsel, oder? Mhm. Sorry, ich konzentriere mich gerade. Ich weiß nicht, ob man's... ...merkt. Aber diese Teile, die sich sozusagen mit einem Womp, verwirren mich noch mega hart. Der hier braucht auch länger als seine beiden Kollegen. Plink, 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 plonk, plink. Ponchos sind so cool, aber sowas von. Ich hab ein bisschen Angst, da runter zu gehen. Auf der anderen Seite sind hier noch... Och, 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 och. Roboter zu reparieren. Danke, werter Herr. Ich werde zum Schraubplatz zurückkehren. Und vorher meine Blinding-Ray-Attacke einsetzen. Oh, Mann. So, ähm... Jetzt ist nur die Frage, wie komm ich hier wieder weg? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, die Antwort ist... Ah, doch. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das ist gar nicht, aber das wäre gelogen. Puh. Ich bin heile, hol dir vom König eine Belohnung. Das machen wir glatt. Also nicht jetzt sofort, aber gleich, also nachher, also bald. Haha. Sehr schön, der König vom Schraubplatz ist auch geil. Das Spiel hat so einen süßen... eigenen Charme. So, und wo geht's jetzt weiter? Hier nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee, aber da unten ist noch was. Hier waren wir schon, alles klar. Ah, dann nach links. Wee. Ich stehe. Damn you. Spiel, damn you. Ich will nicht kaputt gehen. Ja, das kann ich verstehen. Würde ich auch nicht wollen. Das ist ja gemein. Wenn der einmal da ist, dann lässt er dich nicht mehr zurück oder so, kann das sein? Das finde ich frech. Oh, falsche Richtung, Entschuldigung. Aber das seid ihr ja mittlerweile von mir gewohnt, anders kennt ihr das ja gar nicht mehr. Äh. Das fällt ja, das links, äh, das Ding rechts geht ja komplett ab. Ach, wisst ihr? Kann ich auch so machen. Hm. 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 Ich will nicht. Ja, nein, ja, nein. Nee, 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 nee. Ja, nein, ja, nein. Mhm. Muss ich das so machen? Da ist das Level. Das Level. Ausgang? Nein! Achso, da ist sowieso eine Plattform. Schockmusik! Hier war noch ein billiger blauer Schlüssel. Pling, weiter. Und den können wir uns auch noch einkassieren. Es gibt ja nichts besseres, was man mit dem Geld anfangen kann. Also machen wir das ruhig. Danke! Well, danke! Hua! Wenigstens die Tiere sind glücklich. Ja, das stimmt. Energiezellen halten uns am Leben. Aha! Ich bin traurig. Nee, im Belieben komme ich da nicht hinterher. Hm. Okay, äh, ja. Wie könnte das hier denn gehen? Okay, anscheinend geht's irgendwie. Erst mal das. Ich bin Heidi, hol dir von Kölnich eine Belohnung. Ja, mal gucken. Lass mich doch erstmal das Level hier beenden. Immer diese Leute, die es gleich so eilig haben mit den Belohnungen. Vielleicht mache ich das... Mache ich das ja aus Guthetzigkeiten, Mann. Das war jetzt aber auch doof. Ich dachte, ich komme da oben drauf, aber ich muss dafür noch weiter nach hinten. Wir sind schadhaft geworden. Bald versinken wir im Wahnsinn, alles klar. Ich gehe jetzt gerade nochmal sehr genau das Level ab und gucke, ob hier noch was war. Aber hier haben wir alles, glaube ich. Wir wollten noch in den Hinterhintergrund. Bevor wir das Levelziel uns erreichen. Oh Gott. Hier kann ich ja... Entschuldigung. Hier kann ich aber auch noch gar nichts machen, oder? Moment, ich gehe da nochmal durch. Aber ich glaube, da kann ich tatsächlich nichts machen. Denn ich kann mich nicht in den Vordergrund oder Hintergrund warpen. Kann ich schon, aber das wird immer resettet, nachdem ich das gemacht habe. Und der, der vor uns steht, braucht mehrere Warps, um sich da wegzubewegen. Also da kann ich nur von der anderen Seite ran. Okay, dann gehen wir erstmal ins Ziel. Und starten den Level nochmal neu und gehen in den Hinterhintergrund. Hä? Also, geht doch. Ohne Piepeln kann ich mich selber, dieses Spiel. Oh, das war gut erinnert, würde ich sagen. Habe ich gut gemacht. Gute Ente. Da habe ich nicht so gut gemacht. Machen wir erstmal den hier. Fehlt noch ein bisschen was, aber okay. Die Overgrown Remnants. Achso, klar. Die Ruinen. Einen Schlüssel haben wir, drei. Eingens haben wir, fehlen uns nur ein paar Pinökel. Erstmal gehen wir nochmal zum Schrottplatz und holen uns unseren letzten Schlüssel. Unsere letzte Belohnung. Die Musik vom Schrottplatz ist aber auch so geil. Ehre dem König. Hier haben wir mittlerweile auch echt viele befreit, oder? Poncho Stomp. Wo kann man den hier reinstompen? Versuch was wert. Guten Tag, Kontertan. Hm. Hm. Bislang hast du 17 meiner Vasallen gefunden. Du verdienst eine Belohnung. Hier. Ja, ach da. Geh hinaus und finde sie alle. Das sind aber echt viele. Mittlerweile. Wie viel fehlen mir denn überhaupt noch? Das können nicht mehr so viele sein, ne? Ich glaube, es sind nur so ein oder zwei Welten, habe ich noch nicht alle gefunden. Und irgendwie waren das auch beides Welten, wo ich mir gedacht habe, das müsste man irgendwie mit noch mehr Abilities machen, richtig? Hier fehlen mir drei. Hier fehlt mir einer. Und hier keiner. Oh, bei den Ruinen gibt es auch gar nichts mehr. Hm. Will ich die jetzt noch alle sammeln? Das überlege ich mir mal schnell bis zur nächsten Folge. Liebe Leute, bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sag ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.